Dzień dobry. Von dieser Seite kanntet ihr mich noch nicht. Paartherapeut Steffen Möller. Der Arzt, dem die Polen und die Deutschen vertrauen. Hast du Probleme in der Ehe? Komm vorbei. Hast du noch keine Ehe und bist Single? Komm vorbei. Bei mir lernst du jemanden kennen. Und wenn du getrennt oder geschieden bist, komm auch vorbei. Ich verrate dir eine neue Perspektive in Polen. Alles Gute. Dein Dr. Steffen Möller. Und dann noch einen dicken Kuss. Und jetzt ist Schluss. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Das war's. Hahaha.